Herzlich Willkommen liebe Zuschauer, mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle und wir möchten Ihnen heute die China Panda Serie in Gold vorstellen aus dem Jahrgang 2016. Und deswegen, weil hier in diesem Jahrgang hat sich speziell ganz viel geändert, da werden wir jetzt aber ins Detail gehen. Lassen Sie uns nicht viel Zeit verschenken und wir schauen uns das direkt an. Dann schauen wir uns die wunderschönen China Gold Pandas doch im Detail einmal an. Wie Sie hier sehen, haben wir etwas kleinere und etwas größere. Die kleinen süßen China Pandas, die sehr gefragt waren, ganz frisch bei Ausgabe, sind auch wirklich sehr schwer zu erkennen, weil sie eben so klein sind, waren kurz nach Ausgabe schon ausverkauft und hatten dann Monate, bis sie erst wieder am deutschen Markt erschienen sind. Das ist die 1 Gramm Münze. Hier, wie Sie auch auf dem Motiv entsprechend immer sehen können, unterhalb des Pandas haben wir die 3 Gramm Münzen. Ich denke, man erkennt es jetzt schlecht. Die Münze hat einen Nennwert von 50 Yuan. Das ist die Zahl, die vorne aufgeprägt ist. Hier haben wir einen Nennwert von 10 Yuan. Es ist so, dass diese nächste Größe und zwar die 8 Gramm Münze einen Nennwert von 100 Yuan hat. Man hat auch hier den schönen Panda-Bären drauf. Um die Rückseite auch einmal zu zeigen, ist es so, dass hier ein Tempel abgebildet ist mit dem Jahrgang 2016, wie man nur unschwer unten drunter erkennen kann. Und diese Münzen sind ganz bewusst nicht in der Kapsel, sondern in der Münztasche, da diese Münzen sonst ihren Sammlerwert verlieren. Und Sie werden das sehen, die Preise schwanken ganz stark am Wiederankaufsmarkt, nämlich deswegen, weil oftmals diese Münzen rote Punkte bekommen haben über die letzten Jahre, weil teilweise die Folien nicht das hochwertigste PVC verwendet haben. Und das ist einer der Gründe, warum diese Pandas noch wertvoller sind, weil eben ganz wenige da sind, die nicht mal aufgeschnitten wurden. Wir empfehlen ganz klar, die Münzen nicht aufzuschneiden. Dann haben wir hier noch die 15-Gramm-Variante. Es ist so, Sie sehen, das sind nicht diese halben Unzen, wie man sie von den deutschen oder von den restlichen Münzen der Welt kennt, sondern wir haben hier gerade Zahlen und das aber auch erst seit dem Jahrgang 2016. Die 30-Gramm-Variante ist die größte mit dem Nennwert von 500 Yuan und die hat einen Nennwert von 200 Yuan. Es ist so, dass im letzten Jahr die Chinesen sich viele Gedanken gemacht haben und überlegt hatten, wie sie denn sich abheben können vom Weltmarkt, um nicht mal so vergleichbar zu sein. Und damit haben sie quasi von der 31,1-Gramm-Größe auf 30 Gramm runtergestuft und haben von 15,5-Gramm, also 5-Gramm von einer halben Unze, auf 15 Gramm runtergestuft. Und hier in der entsprechenden 8-Gramm-Stückelung, hier haben wir dann die 3-Gramm-Stückelung, was früher die Zehntelunze war und die 1-Gramm-Größe war früher die Zwanzigstelunze. Was gibt es bei den Pandas noch zu wissen? Wir haben jedes Jahr ein neues Motiv, speziell weil jetzt das erste Jahr 2016 ist, wo es diese Größen gibt, erwarten ganz viele Anleger und auch Sammler hier eine große Wertsteigerung. Wir haben eine deutliche erhöhte Nachfrage im Vergleich zu den Vorjahren wieder gespürt und wenn man sich die Wertsprünge anschaut, dann kann man schon mit etwa 100 Euro pro Jahrgang rechnen, wie die sich über dem Goldwert nochmal unterscheiden. Also so, dass der Panda auch eine der langjährigsten Anlagemünzen ist und speziell durch den chinesischen Markt, der ja massiv Gold kauft, selbst die chinesische Regierung hat die Bevölkerung in den Medien aufgefordert, Gold zu kaufen, ist es natürlich so, dass der Goldpreis getrieben wird und die chinesischen Pandas dort was ganz Besonderes sind. In Deutschland an diese Münzen ranzukommen als Händler ist dieses Jahr gar nicht so einfach. Auch als Endkunde gab es ja Probleme, die kleinen Stücke zu bekommen, weil wir als Händler immer ganze Sätze direkt in China beziehen müssen, was dazu führt, dass wenn jetzt die kleinen abverkauft sind, aber man noch zu viele groß hat, nicht sich jeder Händler gleich wieder neue Ware aufs Lager legt. Wir kommen in einem separaten Video auch nochmal zu den Sondergrößen 50 Gramm, 100 Gramm und 150 Gramm Gold in polierter Platte, die in ganz eng limitierten Auflagen produziert wurden. Diese Münzen hier sind unlimitiert, beziehungsweise wird die Auflage erst am Jahresende bekannt gegeben. Es gibt hier auch im Silber noch wunderschöne Pandas, die gibt es aber nur in der 30 Gramm Stückelung, also in dieser Größe und die werden dann nicht in der entsprechenden Einschweißung geliefert, sondern in einer Kapsel und in einem 15er Münztableau und in einer 600er Münzbox, also wirklich massiv und groß. Und dann gibt es aber auch noch die Sondergrößen in Silber mit 150 Gramm und einem Kilogramm. Ich denke, damit haben wir Ihnen sehr viele wertvolle Informationen gegeben und vielleicht auch die eine oder andere Information, die Sie dazu führt, sich eine der Münzen zu bestellen. Wir sind selbst große Fans, weil einmal das Motiv, was wirklich wunderschönes ist, was vertrauenswürdiges und weil wir davon ausgehen, dass diese Münzen speziell als erster Jahrgang mit neuen Größen und neuen Gewichtseinheiten eine besondere Wertentwicklung mit sich bringen. An dieser Stelle sind wir schon wieder am Ende des Videos, dann schließen die Schatzkiste. Vielen Dank, dass Sie sich unser Video angesehen haben. Wir hoffen, wir konnten Ihnen einige wertvolle Informationen schenken und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns doch gerne was in die Kommentare. Wir würden uns auch über einen Daumen hoch freuen oder wenn Sie den YouTube-Kanal abonnieren, um sich auch weitere Videos von uns anzusehen. Wenn Sie speziell Fragen an mich, Dominik Kettner oder meinen Vater Jürgen Kettner haben, dann zögern Sie nicht und rufen Sie uns einfach an unter der 07930 2699 in Deutschland. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.